Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel und Dungeon-Freunde zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind immer noch auf Level 17. Haben Level 17 aber jetzt jedenfalls den Boss abgeschlossen. Hier die anderen Level. Ja gut, wir kommen... Kommen wir zurück? Nein, wir kommen gar nicht zurück, fällt mir grad so auf, aber ist auch grad egal. Ich hab nämlich mal außerhalb der Aufnahme-Session die Karten mit der Lösung, Komplettlösung, die ich habe, verglichen. Das ist das einzige, was ich ab und zu mache, die Karten vergleichen. Ich lese nix, vor allem nicht über die Bosse. Und ja, auf Level 16 und 15 haben wir soweit nichts übersehen. Nur hier auf Level 17 haben wir das hier noch. Dann gehen wir da noch mal hin. Am besten gucken wir auch, wo wir hinlaufen, sonst wird mir ganz flau. Äh, darum müssen wir... Da rein wollen wir. Und da ist ein Teleporter, in den wir reinhüpfen können. Yay! So, die kleinen Viecher hier töten. So, nehmen wir jetzt wirklich mehr viele. Welch, der nächste hat er sich sogar ein Level abgekriegt. Äh, Einhandspezialisierung... In der Augenblick streckt sie zwei Zweihändige, also brauchen wir das nicht so wirklich. Erhöht er halt eine Heilung? Nö. Ja, wenn sie blutet, macht sie mehr Schaden, das ist immer gut. So, Schuhe... Die wir einfach mal so mitnehmen können. Und da ist der Hebel, um Sesam zu öffnen. So, damit dürften wir auf diesem Stockwerk fertig sein, weil nach da unten kommen wir nicht. Also ja, wir können da runterspringen und das war's. Alles andere bedeutet Tod. Da habe ich den Ring liegen gelassen. Äh... Wir nehmen doch lieber den Weg zurück, weil ich glaube, der ist kürzer. Und gehen dann in Etage 18. Oder auf Level 18, wie man es nennen möchte. Ah, ja, hier runter. Das hier haben wir auch schon gelöst. Den Boss haben wir besiegt. So, das einfach mal aufs Prinzip aufdecken. Und dann runter. Äh, ja, hier sieht's immer noch genauso aus. Nee, ich glaube... Nee, doch, es sind immer noch Höllenfratzen hier. Aber... Erstmal die Cutszenen hier, mehr oder weniger. Hey, Jungs, während wir immer tiefer und tiefer drüber trinken, habe ich ein wenig nachgedacht. Oh, je. Denkst du, dass dieser selbsternannte Wächter vielleicht der junge Kaiser sein könnte? Hm, wenn es immer die gleiche Person ist, die diese Nachrichten hinterlässt. Und wenn der junge Kaiser nicht vor einigen Jahren gestorben ist, dann denke ich, dass diese Möglichkeit besteht. Vielleicht ist er es, vielleicht ist er es nicht. Wie dem auch sei. Steht er uns im Weg? Töten wir ihn oder er tötet uns? Das, wer... Wer er ist, hat dabei keine Bedeutung. Das ist richtig. Wir werden bereit sein, wenn auch immer er zu uns kommt. Ich find's lustig, dass unser Hauptcharakter, so tapfere Anführer, eigentlich am wenigsten zu sagen hat. So, ich seh schon mal eine Tür mit einem Teleporter. Und auch wenn der Stein da Risse hat, können wir mit dem leider nichts anfangen. Und ja, wir sind auf Ebene 18 unten. Haben wieder Goblins. Steht da jemand oder ist das ein Loch an der Wand? Also das sind Goblin-Banditen mit ihren geilen weißen Schnauzbärten. Hi. Ich sag's nur ungern, aber ich bin hier, um euch aus dem Leben zu holen. Aber wenn ich mich frage, warum ich das ungern sagen sollte. Es sind nämlich Goblins. Die können nix anderes als Nerven. So, unsere Heilerin hat auch einen Level ab. Das ist gut. Ja, was wollten wir ihr geben? Sicherlich die Baumform. Selbsterhalt. Jedes Mal, wenn du angegriffen wirst und deine GP unter 30 liegen, hast du eine 35-Chance, Rückwuchs auf dich selbst zu zaubern. Ohne Mana-Kosten. Das kann ich steigern. Mhm. Meditänz der Sterne an. Mhm. Jeder Neuwuchstick hat eine 5% Chance. Nee, Mana ist kein Problem. Machen wir erst mal den wilden Neuwuchs besser. So, was liegt hier? Nichts, was wir wirklich brauchen. Wir können da runterhüpfen. Also ja, eine Ebene tiefer würden wir überleben. Und wenn ich mir das jetzt schon so ansehe, kommt nicht sonderlich viel Freude auf. Okay, ignorieren wir erst mal die Gegner hier. Da oben. Also hier scheint es auch eher runterzugehen. Da ist ein Teleport. Ja, aber zwei Ebenen runterspringen möchte ich nicht unbedingt. Und ich sehe nur euch hier rumlatschen. So, betäumen wir euch mal. Und dann können wir richtig anfangen. Mit den lustigen Sachen. Will ich jetzt mal hinterfragen, wo der Feuerfall hinging? Ich habe, ich habe Serikals zu viel Alkohol gegeben. Kann das sein? Machen wir so rum. Ja, der Feuerball hat wenigstens getroffen. So, Single Target dürfte jetzt erstmal ausreichend sein. Achso, da ist komplett ein Schamade dabei. Ja, das ist dann unschön. So rum ist besser. Okay, Serikal hat sein Level ab. Das heißt, Selbstverwirklichung wird jetzt erstmal gebufft. Da ist gerade niemand unterwegs mehr. Wechselt der Teleporter seinen Ort irgendwie? Oder gucke ich gerade nicht richtig? Nee, er... Ja, die Animation wird immer nur gesettet, wenn ich nicht hinsehe. Ja, also ich habe hier die Möglichkeit, zu den Goblins runter zu hüpfen. Das wären aber zwei Felder tiefer Fall. Wo zur Heule kommt ihr her? Ernsthaft, wo kommt ihr her? Ja. 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 Okay, das könnte ein bisschen wehtun. Okay, Heider ist down, deshalb so wird. Dankt euch das Löwen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob die von irgendwo runtergefallen sind, ob die, wenn sie das überhaupt können, ob sie teleportiert wurden, ob sie einfach gespawnt sind. Okay, hier gibt es nur ein Feld runter. Na, Goblin-Gladiatoren habe ich gesehen. Ich weiß, wir machen ihnen ein bisschen Feuer unter dem Hintern. So. Okay, das heißt, auf der Seite würde es weitergehen. Und auf der Seite ist ein Teleport. Geht der Teleport hierhin? Okay, das könnte es erklären. Wobei, ich bin mir nicht sicher, können Goblins durch Teleporter gehen? Kann überhaupt was außer uns durch Teleporter gehen? Da geht's hoch. Da ist fermentierter Rum versteckt gewesen. Schädelbrecher, okay. Ja, ich kann's, ich kann's durch verstanden, was ich nicht, ich kann's nehmen. so hat nur einer der weg steht die sind nicht wirklich gut also lassen wir sie gerade da liegen und noch ein teleporter eine abzweigung das sieht nicht aus wie eine tür zum aufmachen sondern wie ein massivgitter und das sieht eigentlich so aus wie die treppe von der wir kommen das hier sie keinen knopf so direkt das hier ist auf jeden fall eine fake naja also eine wand die hochgeht wollte ich sagen ist es eine neue art nein das ist immer noch die art von trank so das heißt wir haben nur den teleport und er bringt uns auch wieder hierher gut das heißt da unten müssten wir fertig sein und können wirklich nur hier hoch danke ich hab dich auch gern und er ist sicher irgendwo gespawnt oder naja wir können mal ganz kurz gucken nee halt da war ein teleport dahinter dann habe ich mich hier mit der treppe geirrt gut ja komm jumpen wir hier runter mhm du mich auch okay ich sehe dich da in der dunkelheit rumlatschen weißt du was machen wir es doch so so ist das viel effektiver frostwelle unterbrechen eigentlich müsste das beides bedrohung erzeugen oder nö das nicht leider aber es geht auch so nur auf die nächste frostwelle achten die zwei die 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 die